Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Nachmittag in die Runde, ich hoffe euch allen geht's gut. Ihr seid alle gut in diesen aufschlussreichen, also sehr, sehr aufschlussreichen Tag gestartet. Viel erwartet uns heute im Endeffekt, deswegen habe ich mich kurzzeitig dazu entschlossen. Heute Abend gibt es um 19.45 Uhr bis 20.15 Uhr, also genau zu dem Fett-Zinsentscheid, einen Livestream, schauen wir mal kurz, was passiert. Nicht zu viel Panik schüren, also ganz ehrlich, es soll kein Panik-Livestream werden, jetzt mit irgendwie, ja, wir rauschen in den Keller oder wir gehen to the moon. Will ich nicht, einfach, wir schauen uns das zusammen an, gucken, was sind jetzt die Alternativen, was sollten wir beachten, mehr auch nicht. Also wer Bock hat, gerne vorbeischauen, Link habe ich gerade schon in die Telegram-Gruppe gepostet, ansonsten dürfte auch auf dem YouTube-Kanal mittlerweile ersichtlich sein. Ansonsten, bevor wir jetzt starten, kurz mit der Übersicht, Bitcoin, Ethereum, XRP vor allem, lasst dem Video ein Like da, abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen und wenn ihr Bock habt, drückt auch gerne auf die Glocke. So, so viel dazu, kurzes Update Bitcoin. Wir sind gestern am Golden Pocket rejected worden, heißt, hier ein kleiner Bounce zumindest, sind jetzt aber auch die letzten vier Stunden, kennt es hier, immer ein bisschen rumgetaumelt, also keine wirklichen Impulse nach oben oder nach unten, aber wir haben halt hier schon eine Menge Liquidität rausgenommen. Die Reaktion hier, am Anfang relativ gut, bis auf ungefähr 19k, einen Schlusskurs gemacht, aber danach kam halt nicht mehr wirklich was. Jetzt sind wir genau hier an den vier Stunden E-Mail-Rhythms, die uns hier schon die ganze Zeit immer nach unten drücken. Was ich mir trotzdem vorstellen kann, kurze Erholung in dem Bereich der 19.500 bis maximal 19.800 und dann dürften wir bei der Zinsentscheidung sein um 20 Uhr heute. Davor um 19 Uhr spricht noch Putin, auch vielleicht ein wichtiger Knackpunkt, was wird da gesagt, wird mehr und mehr mit Krieg gedroht oder Nuklearwaffen, wir wollen es nicht hoffen, ganz ehrlich. Aber auch hier gilt es einen Blick drauf zu werfen und das könnt ihr natürlich die Kurse vornherein schon mal nach unten drücken. Fett-Zahlen, um es mal kurz zusammenzufassen, 0,75% sind zu 80% eingespeist, 20% gehen von 1% aus. Ich persönlich gehe sogar auch von 1% aus, klar, würde die Märkte ordentlich nach unten drücken. Also wir gehen dann hier wirklich von Kursen von 17 bis 17,5% mindestens aus, hat auch den Aspekt, wir haben es gestern oder Ricky hat es gestern in der Telegram-Gruppe kurz angedeutet, CME Futures Chart. Dieses Tief wurde an einem Wochenende gebildet, heißt Institutionen, Banken etc. hatten eigentlich keine Chance hier einzukaufen, nur die kleinen Retailer wie wir es sind. Also warum sollte man uns die Chance geben im Endeffekt, zu solchen Kursen zu kaufen, aber den großen Fischen nicht? Weshalb ich weiterhin eher von diesen 17.000, 17.500 US-Dollar ausgehe oder im Worst-Case 16k. Aber dafür ist es noch ein bisschen zu früh, müssen wir auf die Reaktion warten. Beim letzten Mal gab es, ich glaube, einen 10% Dump, wenn wir hier die Zahlen gesehen haben. Also why not ausschließen möchte ich es nicht, ich möchte euch nur darauf gefasst machen, was möglich ist. Es ist aber keine Panik machen, es ist einfach nur so ein kleiner Hinweis drauf, Wochenende gebildet, bis jetzt waren wir noch nicht bei den Kursen. Also auch hier gilt ein bisschen vorsichtig, ansonsten, wie gesagt, sprechen wir später nochmal in Ruhe drüber, aber 19.500 US-Dollar, das ist der Bereich, den ich mir jetzt noch kurzfristig vorstellen kann. Und dann müssen wir schauen, was passiert. So, dann Blick auf Ethereum, auch hier schon mal angedeutet, Ineffizienz wäre noch cool, wenn wir die schließen würden bei ungefähr 1.400 US-Dollar. Also auch hier werde ich mich aber dann wahrscheinlich eher short orientieren. Gegenbewegung kam hier aus dem Golden Pocket nicht wirklich. Also wir hatten hier dieses übergeordnete Golden Pocket, was wir von hier unten angezogen haben, von diesen 877 US-Dollar bis zu unserem High. Wenig Bewegung hier. Also auch hier gehe ich eher nochmal davon aus, dass wir noch den Bereich um 1.200 US-Dollar grob, 1.220, 1.180, das ist der Bereich, den ich mir sehr, sehr gut vorstellen kann. Heute vielleicht nicht unbedingt, aber vielleicht in den nächsten Tagen, Wochen ist es weiterhin so mein technisches Preisziel. So, dann XRP, gestern extrem, extrem gepumpt. Also auch hier die Bewegung habe ich gestern sogar noch mitgenommen, hier in dieser kleinen 1-Stunden-Demand-Zone und dann mit nach oben, Trade ist mittlerweile zu. Was aber wichtig ist, ist die Akkumulation, die wir hier über sehr, sehr lange Zeit haben. Ich habe zwei Altcoin-Update-Videos gemacht und da haben wir auch über XRP gesprochen in dieser Range. Ja, und wie man sieht, Range wurde jetzt durchbrochen mit dem heutigen Kurs, Retest gehabt und weiter nach oben orientiert. Trotzdem, wie gesagt, Zinsentscheid, Putin-Rede. Die Woche würde ich mich ehrlich gesagt noch mit zurückhalten, XRP längerfristig zu traden. Aber sollten wir die Woche hier drüber schließen, Volumen deutet eindeutig darauf hin, ist hier vielleicht auch ein längerfristiger Trade möglich, bis in den Bereich, ich sage jetzt mal 0,45 bis 0,55 ist so die erste Hausmarke, die man sich bei XRP vorstellen könnte. Ja, so viel dazu. Gehen wir bei XRP auf 10 Dollar? Schnell, ich glaube nicht. News sind gut. SEC-Entscheidung soll sich näher und näher, sage ich mal, näher kommen. Es wird auf ein schnelles Ende gepocht. Hat den Kurs natürlich erstmal nach oben getrieben. Trotzdem, gesamte Marktumfeld, gibt es nichts Bullisches. Klar, einige Coins könnten ausbrechen, aber trotzdem das alles nicht zu Bullisch sehen. Das war es von mir. Wie gesagt, wir sehen uns dann heute um 19.45 Uhr zum Livestream. Freue ich mich darauf, wer Bock hat, gerne da zuschauen. Wir sehen uns heute Abend wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Stay Crypto.